So, wir gehen rein. Jail, was geht ab, dicker? Alles fit? Guter Junge. Dieser Jail ist ein guter Junge. Ich gucke seine Storys sehr gerne, ich höre seine Musik sehr gerne. Guter Typ. Sehr, sehr guter Typ. Der jetzt scheinbar back ist mit einem deepen Track oder so. Jambeats sind es nicht die Boys, die damals auch dieses Palmen aus Plastik und 187 produziert haben? Liege ich da richtig? In der Seitenlage. Okay, lass reingehen. Blitz. Ganz kurz, so wie das anfängt zu so tönen, meditiere ich. Hat jemand die Calm-App zufällig? Ganz kurze Zeitfrage. Hat jemand die Calm-App? Ich meditiere nicht dazu, ich schlafe dazu. Zu Dune Caladan oder so. Kalada. Digga, das ist mein Sound to sleep. Das ist einfach Wind. Und irgendwann fängt es so an zu donnern ein bisschen und zu regnen. Und ah, Digga, da ist der Vater ganz schnell über den Jordan. Und so fängt es ein bisschen an. Warte mal, das Piano. Das Piano ist nicht so wie das Piano, was mich erinnert. Das ist aber ein NAS-Piano. An was erinnert mich, dass kommt wer weißes? Nicht Changes. Das ist irgendein NAS. Nein. Geil, Alter. Auch mega krass gemixt irgendwie. Okay, ganz kurz. Ich muss sie nochmal hören. Ich muss jetzt aber einmal ganz kurz... Einmal kurz wissen, weil der gibt mir gerade viele Vorschläge. Ich brauch das einfach für mein ADHS. Meine ich das? Ich bin gerade wieder in meiner Welt gefangen. Ich fürchte, ich muss jetzt einfach weitermachen. Meine Stimme trifft das Mic, wenn ich schreib, dann geht's mir gut. Guck mal, er nimmt so viel auf Reime. Guck mal, wie viel er reimt. Und immer, wenn's gewittert wird mir heiß. Wenn's gewittert wird mir, wenn's gewittert wird mir heiß. Guck in Himmel und ich weiß. Guck in Himmel und ich weiß. Seh den gleichen Blitz wie du. Starren Trunks auf'n Display voller Likes. Display voller Likes. Stimme trifft das Mic. Ich schreib, dann geht's mir gut. Gleichen Blitz wie du. Schreib, dann geht's mir gut. Ich liebe diesen Rap, wo jemand so voll auf die Likes, auf die Reime achtet. Hab geträumt von Versöhnung und von Streik. Von Zerstörung und von Leid. Aber zeitgleich klebt hier Blut. Seh den Spiegel in mein Bart. Hat schon wieder nicht geklappt. Wenn ich schreib, dann geht's mir gut. Seh den Spiegel in mein Bart. Hat schon wieder nicht geklappt. Wenn ich schreib, dann geht's mir gut. Seh deinen Spiegel in mein Bart. Also Hook auf jeden Fall nice. Am Anfang fand ich die Mische geil. Jetzt im Verband ist es vielleicht ein bisschen trocken. Aber ich geb auf jeden Fall trotzdem den Punkt, weil mir das sehr, sehr gut gefällt. Sowohl die Hook, die Melodie an sich und auch die Reimsetzung gefällt mir. Deswegen muss ich zwei Punkte geben. Find ich nice, Alter. Jail immer nice. Ja, auf die Flasche zu verzichten, das ist wirklich schwerer, Digge. Ich hab die Lust am Kiffen verloren, deshalb mach ich's nicht mehr. Die Lust verdrängt zu kiffen, also mach ich's nicht mehr. Mach ich's nicht mehr. Und auf die Flasche zu verzichten, geht ne Kraft, doch ist schwer. Wer glaubt das alles täglich handeln, wäre ne Last und nicht mehr. Täuscht sich beschissen, Runde flitzen, hau die Hacken und her. Mir geht es... Also Flow mega nice. Wirklich top. Reimsetzung nice, auch mit diesen Binnen-Reimen hier. Alles täglich handeln, wäre ne Last und nicht mehr. Täuscht sich beschissen, Runde flitzen, hau die Hacken und her. Mir geht es besser, denn am Montag kann ich aufstehen und raus. Mich zu betäuben war mein Ritus, weil ein Gauner das braucht. Ich jogge mit Kleid um die Wette, wenn meine Bezüche mich lässt. Denn öfter, als ich spielen erzähle, geht's mir übel vom Stress. Ich muss sagen, je länger ich die Mische höre, desto schwächer finde ich sie eigentlich. Die Mische klingt wirklich nicht dope. Am Anfang dachte ich, okay, interessant klingt dope. Aber hier klingt sie irgendwie nicht so auf Dauer, nicht so dope. Aber es ist auch gleichzeitig, wenn die Mische schlecht ist und der Song trotzdem geil, ist es unterm Strich immer wieder ein riesen Lob für den Artist. Weil es trotzdem nice, also es klingt trotzdem fett. Ich sitz trotzdem hier und find's geil. Und nick mit und denk mir, boah alter, nicer MC so. Kann ich aufstehen und raus. Mich zu betäuben war mein Ritus, weil ein Gauner das braucht. Ich jogge mit Kleid um die Wette, wenn meine Bezüche mich lässt. Denn öfter, als ich's vielen erzähle, geht's mir übel vom Stress. Ich weiß von Leuten, die... Wette, wenn meine Bezüche mich lässt. Denn öfter, als ich's vielen erzähle, geht's mir übel vom Stress. Ich... Denn öfter, als ich's vielen erzähle, geht's mir übel vom Stress. Find ich nice. Ich weiß von Leuten, die gesprungen sind von dem Haus und man sich sprengt. Weiß wie's ist, wenn's ne Option wird und wie's ist, wenn man dran denkt. Okay, ganz kurz, Alter. Da muss ich... Das ist immer so bei so Leuten, die so... Ich meine, ich will ja nicht immer sagen, man hat irgendwie die ähnlichen Wege im Leben genommen oder so. Aber wenn er so sagt, ich kenn Leute, die sind gesprungen von Hochhäusern und so. Ey, keine Ahnung, Alter. Dann hittet es bei mir anders so. Und viele wollen dann immer... Ja, das einfach kurz... Das einfach weiterlaufen lassen. Aber ich will dann immer kurz irgendwie was dazu sagen. Ähm, in den Selbsthilfegruppen, in denen ich war und auch in den Langzeittherapien und in den Gruppentherapien und alles, ne, hat man ganz viele Leute kennengelernt. So, gerade in der Langzeittherapie, ich kenn da jemand, da hieß Alex, ich nenn deinen Nachnamen nicht. Alex, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hab schon mal von dem Alex erzählt. Und Alex war jemand, der schon bestimmt, ich weiß nicht wie viel, aber bestimmt sieben, acht oder so Suizidversuche hinter sich hatte. Und Alex war jemand, der, wenn er ausgerastet ist und wütend war oder verletzt war oder mit seinen Gefühlen überfordert war, war das jemand, der sich sehr, sehr stark selber verletzt hat, bis hin, ähm, dass er sich umbringen wollte. Dieser Alex war einer und der andere, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, Nico, ich weiß jetzt zehn Jahre her, als ich in dieser Langzeittherapie war, und Nico kam, als ich schon so drei, drei, vier, fünf Wochen in der Therapie war, kam Nico in die Gruppe und Nico kam im Rollstuhl in die Gruppe. Nico war ein bildhübscher Junge, hochattraktiv, saß im Rollstuhl, weil Nico sich zweimal aus dem Fenster gestürzt hat, weil er sich umbringen wollte und, ähm, es nicht geschafft hat, glücklicherweise. Aber er sich halt alles gebrochen hat, querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt. Und wenn ich dann so Zeilen höre, fühle ich mich irgendwie dazu angetrieben, kurz solche Storys zu erzählen. Ähm, ja. Weiß von Leuten, die gesprungen sind von dem Haus, wo man sich sprengt. Weiß wie es ist, wenn es eine Option wird und wie es ist, wenn man dran denkt. Weiß wie es ist, wenn es eine Option wird und wie es ist, wenn man dran denkt. Bro. Real Talk. Ich weiß, ich bin oft der lila Laune bei hier und bla 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 bla. Pacificus Maul ab und tralala. Aber der Teich ist tief, Bruder. Ich halte mich für ein Talent, im Anschluss trete ich in die Tür. Nachts besucht mich meine Freundin, sieht's, dann schäme ich mich dafür. Am Ende sind sie Päusen. Alter, es ist dope. Come on. Ich halte mich für ein Talent, tralala, trete in die Tür. Nachts besucht mich meine Freundin und dann schäme ich mich dafür. Das ist sehr, sehr dope. Und auch so zu sagen, ich halte mich für ein Talent, finde ich sehr, sehr geil. Auch zu Recht, also sehe ich voll. Du bist auf jeden Fall ein Talent. Mehr sogar. Du bist ein sehr, sehr doper MC, Digga. Ich mag einfach auch dieses, sozusagen nicht nur Schlechtes. Das ist, wenn du... Sorry, ich arte wieder voll aus. Da sitzen 200 Leute in deinem Raum, Digga. Sagen wir Gruppentherapie, 20 bis 30 Leute. Und du fängst an und sagst, Alter, erzählt mir jetzt alle was Schlechtes über euch. Und es fängt, keine Ahnung, es fängt die Lisa an zu erzählen. Und 20 Minuten später erzählt die Lisa immer noch, was schlecht an ihr ist. Und die anderen 29 Leute warten so jetzt. Komm, Lisa, mach mal hin. Machst du das gleiche Spiel mit? So, Lisa, jetzt fängst du mal an. Sagst, was gut an dir ist. Mir fällt nichts ein. Tralala. Nach 10 Minuten spätestens ist die Runde durch. Weil keiner irgendwie auch mal was Gutes über dich sagen will. Und ich finde das reflektiert. Und ich finde auch, wenn es realistisch ist und wenn es einfach eine Tatsache ist, sag's, Digga. Ich halte dich auch für ein Talent. Ich halte mich auch für ein Talent so. Ich halte mich für ein Talent. Am Anschluss trete ich in die Tür. Nachdem du mich meine Freundin siehst, dann schäbe ich mich dafür. Am Ende sind es Impulse, die mich lenken und mich liken. Das Ganze hat mich hergebracht, zu stehen und das zu schreiben. Aha! Wer kennt's? Es sind Impulse, die mich lenken und mich liken. Das Ganze hat mich hergebracht. Bro, ich will dir nicht zu nahe treten, aber das hättest du dir für einen krasseren Song aufheben müssen. Also der Song ist gut, so cool, ne? Aber so diese, so eine legendäre Szene zu nehmen, ist natürlich schon, ähm... Ja, da ist es. Okay. Okay. Haha, krass, okay. Er macht das wirklich nach. Äh, muss ich auch sagen, ich hab ja, ich hab ja gesagt, dass ich Jay ja die Storys gerne gucke. Sorry, das ist wieder eine sehr, sehr schwierige Reaction, so. Ich fühl jeden, der das irgendwie als anstrengend einstuft, so. Ich drück grad sehr, sehr oft Stopp und sag irgendwie was. Ähm... Jayl hat letztens so eine Eminem-Story gepostet. So von wegen, keine Ahnung, Eminem, irgendwas, Eminem. Und danach bin ich wirklich rumgefahren, so. Ich hab meinen Sohn zur Tagesmutter gebracht. Und das so mit dem Auto so, keine Ahnung, zwölf Minuten oder so, hingebracht. Und danach, normalerweise fahr ich dann wieder heim halt, ne? Aber ich bin original so eine Dreiviertelstunde rumgefahren und hab einfach so Slim Shady LP und Marshall Mathers LP gepumpt. Und, ähm, es gibt wirklich, also wenn du die zwei Alben hörst, dann, dann, es ist, es gibt nicht die Frage, wer ist der erste Platz? Es gibt eigentlich nur die Frage, gibt es einen Platz zwei oder Platz drei? Oder ist das auch noch, ist es auch noch Marshall Mathers oder Slim Shady? Ähm, Platz eins Eminem, Platz zwei Marshall Mathers, Platz drei Slim Shady. Ähm, so, weil das ist, das ist jenseits von Gut und Böse. Das ist, das ist, was noch nie da gewesen ist. Und diese Art zu rappen mit dieser Attitude, das ist einfach, das ist einfach, das ist unbeschreiblich so. Und, äh, Jayl hat mich wirklich dazu gebracht, dass ich das nochmal pumpe. Und dann hat sie mich gefangen, ich bin einfach so los mit dem Auto rumgefahren. Egal, ich lass das mal laufen, sorry. Wenn du siehst, dann schäm ich mich dafür. Am Ende sind's Impulse, die mich lenken und mich liken. Das Ganze hat mich hergebracht zu stehen und das zu schreiben. Im Umkehrschluss hat alles die Berechtigung zu sein. Ich bin ein Mann und keiner bricht mich, sollt ich gehen, dann sollt ihr weinen. Und immer wenn's gewittert wird mir heiß, guck in Himmel und ich weiß, seh den gleichen Blitz wie du. Starren Trunks auf'n Display oder Likes. Meine Stimme trifft das Mic, wenn ich schreib dann geht's mir gut. Ist auch wieder ne schöne Liebesgestehung, äh, Liebesbeweis oder Liebeserklärung für Rap. Er erzählt alles bla bla bla, doch immer wenn ich schreibe geht's mir gut. Hab geträumt von Versöhnung und von Streit, von Zerstörung und von Leid, aber zeitgleich klebt hier Blut. Seh den Spiegel in mein Bart, hat schon wieder nicht geklappt, wenn ich schreib dann geht's mir gut. Aber was ist ein Spiegel in mein Bart? So ein Aufklappspiegel oder was? Ich wollt's seit gestern nicht mehr ziehen, doch bin betäubt heute. Ich such ein Leben, das mich füllt und keine neuen Freunde. Auf was sein, mach Ressen, such den passenden Strick. Kleid am Kläffen, Cancel Treffen und sie quasseln mich dicht. Guck mal. Freunde, auf was sein, mach Ressen, such den passenden Strick. Kleid am Kläffen, Cancel Treffen und sie quasseln mich dicht. Kleid am Deppen, Deppen, Deppen. Auch diese Binnenreime, das ist wie Trey D. Wisst ihr, wer auch so reimt? Wisst ihr, wer so reimt? Kennt ihr die Eastsiders? Goldilocks und Trey D? I came from the gang, but I made your gang flip. Immer diese Dang from the gang top and made your gang flip. Hang from the gang top and made your gang flip. Moved hat und hoofed up and made your gang flip. Das ist Trey D. Bang and Snash Chains, immer diese Binnenreihe, immer. Und diese, die hat er auch diese Reim, guck mal hier. Jetzt. Kleid am Kläffen, Cancel Treffen. Kleid am Kläffen, Cancel Treffen. Sie quasseln mich dicht. Ich finde Freude dran zu sein, wie du mich magst und das ist gut. Denn ansonsten legen Träume sich in Sarg und das bringt Brut. Vergess nicht, dass ich weiß, wie man sich durchstückt, geht's einem schlecht. Drumhandeln macht einen pörig, doch ein König nicht zum Knecht. Fuck. Ähm, ich find alles voll nice, aber ich bleib wirklich die Mische. Je länger sie läuft, desto schlechter wird sie so. Ich muss das kurz nochmal hervorheben. So für mich, ich hab da jetzt nicht so krasse Ahnung, nur ein bisschen Fachsimpelei ausdrücken könnte ich jetzt hier kicken. So meine Songs mixt alles Larry Spoofy, ne. Der hat halt komplett 25 Jahre Peil davon. Äh, wenn ich das jetzt, wenn das mein Song wäre und ich Spoofy würde mir den schicken, dann würde ich sagen, irgendwie, äh, ist mir zu weh. Da könnte man mehr Hall irgendwie drauf, mehr Fülle. Es klingt irgendwie so plastisch, so. Hau ein bisschen mehr, bisschen mehr Hall drauf und mehr Höhen rein. Das würde ich Spoofy sagen. Das ist wieder halt brutal auf Reim geschrieben. Punkt. Plan zu haus ne Tat wie Kranke. Plan zu haus ne Tat wie Kranke. Plan zu haus ne Tat wie Kranke. Muss mein Lappen klären, da wart ein paar Pedalen auf meine Nikes. Will die Bahn nicht mehr ertragen. Muss mein Lappen klären, da wart ein paar Pedalen auf die Nikes. Finde ich eine sehr geile Formulierung. Muss mein Lappen klären, da wart ein paar Pedalen auf meine Nikes. Nur paar Lakis auf den Grill. Muss mein Lappen klären, da wart ein paar Pedalen auf meine Nikes. Will die Bahn nicht mehr ertragen, nur paar Lava und so'n Scheiß. Kann Gespräche nicht erwarten, wenn dann regel ich's jetzt. Und fühl die Leere in mir atmen, wenn der Pegel mich fetzt. Und immer wenn's gewittert wird mir heiß. Guck in Himmel und ich weiß. Seh den gleichen Blitz wie du. Starren Trunks auf dem Display voller Nikes. Meine Stimme trifft das Mic. Wenn ich schreib, dann geht's mir gut. Ähm, jetzt kommt normalerweise ja so. Da 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 da. Das ist voll der nice Flow. Und jetzt bei der dritten Line in der Hook ist jetzt irgendwie. Hab geträumt von Versöhnung und von Streik. Von Zerstörung und von Leid. Aber zeitgleich klebt hier Blut. Weiß nicht, war die vier... Eh, keine Ahnung. Nicht dritte, auch nicht vierte. Egal auf jeden Fall. Die Stelle jetzt ändert er den Flow. Seh den Spiegel in mein Bart. Hat schon wieder nicht geklappt. Oder die Tonhöhe. Und das find ich ein bisschen komisch. Das klingt immer erst mal so, als wär die Hook vorbei. Ich schreib, dann geht's mir gut. Ich mach mir ein Facelift und pump danach ein J-Blitz. Ey, was geht ab, Digga? Save fit. Auf Jambeats, Digga, was geht ab? Depressive Styles, wenn ich schlaf in der Nacht. Ich seh den gleichen Blitz wie du. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Punkte for the jail. Als ob auf Sie des Sp 알 Gift gewiale können neue Spkkechen. Ich sch paralyze quieres schif alternativ, die berühm boundary in der Nähe in das genauer Wunderschöfung. Ein說te zu empstehen also... Das ist wiederarios Salut. Du darfst Unten, die Nahh vontade her. Und der Spецziell im differentiieren. Ich schätze mich noch nichts mit dir.